Kune Economics, schönen guten Tag. Ich möchte Ihnen heute den neuen Vela 700 E mit Powerwheel zeigen. Powerwheel heißt, wir haben einen Standardstuhl, der jetzt eine Option bekommen hat und zwar diese zwei Räder auf beiden Seiten. Erkennbar an diesem Joystick. Durch diesen Joystick wird dieser Stuhl zu einem elektrischen Rollstuhl im Hause. Sie sehen, durch leichtes Bewegen links, rechts, vor oder zurück macht er jegliche Bewegung mit, die ich möchte. Ich habe hier die Möglichkeit, die Geschwindigkeit hoch und runter zu drehen und es gäbe eine kleine Hupe, aber die wird man wahrscheinlich daheim weniger brauchen. Die Besonderheit ist jetzt einfach, ich kann daheim nicht bewegen, auch wenn ich Schmerzen oder Probleme habe. Er macht das mit. Entweder fahre ich den Stuhl höher, dann nehme ich die Beine hoch, fahre hier noch ein bisschen hoch. Dann kann ich hier jetzt einfach mal oder ich habe die Beine am Boden, gehe nach vorne und tripple gemütlich mit, was ich persönlich viel besser finde, weil die Leute ja eigentlich in Bewegung bleiben sollen. Das ist also so im kurzen die Besonderheit von diesem neuen Tango 700 mit Powerwheel. Vielen Dank, das war's.